Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Batman Arkham City und ja, jetzt muss ich mal eben schauen, zuletzt waren wir hier im Stahlwerk, hol das Heimmittel von Joker, finde Joker im Stahlwerk, genau, und wir mussten hier an den Leuten irgendwie vorbei und dann gehen wir erstmal hier hoch. Dieser Kerl trägt eine Mine mit Annäherungszünder. Arkham City gehört uns. Das ist natürlich ärgerlich. Wie haben wir denn hier? Hier haben wir einen. Noch einen, zwei, ach du Scheiße, wie viele sind denn das hier? Mein Gott, äh, kommt der hier lang? Wenn ich den jetzt hier ausschalte. Geh rüber und ziehen ab, wenn er schreit. Ah, der muss mal hier. Ich hab ihn verloren. Wir müssen ihn finden. Sofort. Ich sichere die Tür. Wo sind sie? Ich hab diese Seite gesichert. Nee, ich komm hier an, Kinn. Nee, 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 nee. Du versteckst dich im Dunkeln, was? Ich versteck mich nie im Dunkeln. Oh, Alter, hab ich jetzt aber schweigen gehabt. Der hat mich gescannt, oder? Ich müsste da rüber. Aber der kommt jetzt hier nimmer lang, verdammt. Der Typ, der scannt da unten. Das ist der. Zwei Leute. Und der? Scheiße. Wenn der jetzt hier langkommt. Zack. So. Kommt hier rüber. Da oben ist einer. Was machst du da oben? Holt mich runter. Bitte. Den, an den komm ich nie ran. Der ist so weit weg. Als hab ich diesen Typen, der scannt, glaub ich, auch ausgeschalten. Und die zwei, die rühren sich hier, glaub ich, gar nicht. Wie macht der das nur? Was ist los? Drei Mann da hinten. Wir müssen weitersuchen, sonst sind wir tot. So wird das nicht, hörst du? Wir finden dich und legen dich um. Ja, ja, bla 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 bla. Da hängt schon das wehe. Was ich machen könnte, ist da rüber, vielleicht. Wenn der jetzt hier langkommt, dass ich den als nächsten mir schnappe. Jetzt guckt er, jetzt guckt er genau dann runter, wenn ich Na komm schon, komm schon, komm, 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 komm Jetzt geht er wieder zurück, ich, also es ist ja wohl nicht zu fassen Ne, ich kann ja nichts machen bei denen Was ich aber machen könnte, ist den da ausschalten Das werde ich auch machen Und wieder weg Und weg So, drei, jetzt hören sie alle rum hier Jetzt könnte ich eigentlich Zack, den nächsten Jetzt kommen sie alle hier lang Alle drei Hier mein Plan Ich hab einen gefunden Der, ach der hat diesen Sensor Hey, wach auf Mann, komm, wach auf Was ist denn hier mit dem Sensor Der hat auch einen Wie macht der das? Das verrate ich euch nicht Wir müssen uns jetzt um wichtigere Dinge kümmern Zeig dich, Feigling So ein Feigling, Alter Ich leg mich hier mit euch allen an Der geht da hinten lang Der ist da vorne Der ist hier unten Cuckoo Miggi, ich könnte dich doch Den da unten Ne, den da unten kann Das wäre jetzt Der springt runter Der da hinten Noch einer weniger Zack Eins Zwei Der ist direkt Der rennt da unten lang Der rennt da hoch Es sind's nur noch zwei Genau, wir werden nämlich immer weniger Leute Wir müssen weiter suchen Sonst sind wir alle tot Zeig dich, Feigling So, an den Dingern hängen sie Oder ich schnapp mir einfach alle Bähle Gucken, ob die mich jetzt peilen Die werden ja beide hier lang kommen Ich hoffe, er sich Das hat er nie gepeilt Alter, wie geil Jetzt ist ja nur noch der Sag mir, was ich wissen will Sonst werde ich dir wehtun Bitte, tu mir nicht Ich rede Natürlich tust du das Ach, das war sogar einer von Woodlers Leuten Hä? Ich bin hier in Forschung, nicht wahr? Aber sehen wir's mal, Post Mir geht das schon besser Was ist es mit euch? Äh, nee Warte mal, muss ich nicht jetzt lang Ich muss da hinten lang Protokoll 10 Tritt in 20 Minuten in Kraft Alter Ähm Was ist denn das? Kann ich das irgendwie mit irgendwas Kann ich das irgendwie mit irgendwas Ach Ach Jetzt seh ich's Ähm Wartet mal Ne, 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 ne Äh Verdammt, was könnte ich denn die Ich geh jetzt erstmal hier hinten lang Ja, muss ich auch Und jetzt Da rechts Und dann in Oh, oh Oh, oh Ist alles okay Bin in Position Der Raum ist vermied Und wenn ich Batman sehe Bumm Hoffen wir's Sieht aus, als würde Joker Sich auf einen Krieg vorbehalten Wenn Batman tot ist Gewinnen sie ihn vielleicht sogar Ich weiß jetzt, wie wir Batman besiegen können Er benutzt diese Wasserspeier, richtig? Ich muss sie einfach nur kaputt machen Bumm Batman ist auf dem Boden Und ich ja nehm eine Kugel in den Schellen Steine hier Klasse Sagt Bescheid, wenn ihr tot ist Ich will auch da runterkommen Und mich ein bisschen mit der Leiche amüsieren In die Reihe Ich nehme die Maske Du kannst haben, was übrig bleibt Der Ah, ist ein Sniper Tür öffnen Ich bin ja nicht bescheuert Äh, ich muss an dem Typen da vorbei Ne Das hab ich mir schon fast gedacht Ich muss oben lang, bestimmt Äh Und auch nicht So, was haben wir hier? Ähm Ah, der Winter ist okay Wow Das sie ist? Ja, ich muss hier durch das Fenster durch Und dann Die Unterbrecher Wartet mal Ja, na klar Duck dich, Mann Batman, er ist hier Ach, nochmal probieren Wie soll ich denn? Ich kann ja gar nicht Guck, guck In Deckung, das ist Batman Bl coup Fee Fuck string Pardon Fee 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 Funny Try Fee Vou Fee 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 Untertitelung des ZDF, 2020